Liebe Grazerinnen, liebe Grazer, mein Name ist Dominik Kemmer, ich bin 28 Jahre alt und seit 13 Jahren in der Holding Graz Kommunalwerkstätte tätig. Meine Kollegen und Kolleginnen werden auch in Zukunft und in dieser schweren Zeit für Sie für die Wartung und Instandhaltung der Kommunalfahrzeuge der Stadt Graz zur Verfügung stehen. Besonders wichtig zurzeit ist die Instandhaltung der Müllsammelfahrzeuge und trotz dieser schwierigen Zeit ist die Stimmung bei uns und sind ihm nach wie vor sehr gut. Ich bitte Sie in diesem Sinne, bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie gesund!